Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Regierungsspitze einig beim Haushalt. Kanzler Scholz, Vizekanzler Habeck und Finanzminister Lindner haben sich auf Details für den Etat 2025 verständigt. Ein Regierungssprecher sagte, die Schuldenbremse werde eingehalten, es bleibe aber eine Etat-Lücke von 12 Mrd. Euro. Verhandlungen über Waffenruhe in Gaza gehen in Verlängerung. Unterhändler aus den USA, Katar und Ägypten wollen die nächsten Tage weiter beraten. Sie hoffen, dass es kommende Woche eine Einigung gibt. Die israelische Delegation kehrt heute nach Tel Aviv zurück. Gar nicht bei den Gesprächen dabei war bisher die Terrororganisation Hamas. Israelische Siedler töten Palästinenser im Westjordanland. Die Siedler waren in die Ortschaft Jid eingedrungen und hatten Autos und Häuser in Brand gesetzt. Ein Mann wurde erschossen, ein weiterer Palästinenser schwer verletzt. Der israelische Präsident Herzog und Premier Netanyahu verurteilten den Vorfall. Scharfe Kritik kam auch aus dem Weißen Haus. Teilweise Entwarnung am Bundeswehrstandort Mechernich. Im Trinkwasser seien keine biologischen oder chemischen Belastungen nachgewiesen worden, erklärte ein Sprecher der Stadt. Das Wasser solle jedoch vorsichtshalber abgekocht werden. Der Zaun an einem Trinkwasserhochbehälter war durchgeschnitten worden. Ein ähnlicher Vorfall hatte sich in einer Kölner Kaserne in Köln-Wahn ereignet. Deutsche Gesellschaft für Ernährung ändert Empfehlung für Alkohol. Nach einer neuen Einschätzung ist Alkohol bereits in kleinen Mengen schädlich. Die zuständige Fachgesellschaft rät zum kompletten Verzicht. In Deutschland wird im internationalen Vergleich besonders viel getrunken. Das Wetter. Morgen ganz im Norden und Nordwesten sonniges und trockenes Wetter. Sonst wechselhaft mit teils sonnigen Abschnitten, teils dichten Wolken. Dazu gebietsweise Schauer und Gewitter. Im Süden ist Starkregen möglich bei 21 bis 31 Grad.